Highscore Dropout Die Welt geht unter und wir sind immer noch für euch da. Willkommen zurück zum 6.7.6. Highscore Dropout Coach Talk. Ja, ein stürmischer Tag. Die Bundesweitzugverkehr eingestellt. Und leider einige tragische Fälle. Und wir haben es erst ganz am Schluss mitgekriegt, weil wir hier in unserer Nerd-Bubble sind. Und um von all dem Chaos abzulenken, ziehen wir euch in unser eigenes Chaos rein. Genau, so ist es. Als allererstes möchte ich noch eine kleine Danksagung machen an Mr. Kuhlberg, der mir eine Hammerste HD-Camp zugeschickt hat, damit wir weiterhin Videos producen können. Die kommt auch noch zum Einsatz, versprochen. Ich muss nur noch ein bisschen mein Setup hier in den Griff kriegen. Auf jeden Fall dickes Dankeschön dafür und danke für deinen Support. Hammer. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen los. Wir haben die fettesten Videogame-News für euch heute zusammengesucht. Und als allererstes eine ganz besondere Freude für mich persönlich. Es wird ein neues Alien-Spiel geben. Hier ist ja, alle die mich kennen, wissen, ich bin der Alien-Fan Nummer 1 in Deutschland. Okay, Nummer 1 vielleicht nicht, aber ich bin in den Top 10 mit dabei. Und es ist ein, es ist von, es ist ein Online-Shooter, also wird auf Multiplayer ausgelegt sein, nicht vielleicht ein Horror-Game unbedingt, aber das ist fett, das ist okay. Ich bin froh, dass überhaupt ein Ehen-Spiel rauskommt. Das Studio, wie hieß denn das Studio? Iron. Cold Iron. Cold Iron Games. Das ist ein kleines Studio, 25 Leute. Die sind auch ehemalige Doom-Entwickler, Neverwinter-Entwickler, Metroid Prime 3. Also Leute, die schon bei echt fetten Games dabei waren, die auch sehr viel Erfahrung mitbringen im Online-Shooter-Bereich. Und die Entwicklung beginnt erst jetzt, also es wird noch zwei Jahre lang dauern oder so, bis das Spiel endlich rauskommt. Was? Really? Ja, also sie haben nur angekündigt, dass sie es jetzt entwickeln. Die große Neuigkeit ist eigentlich eher zwischen den Zeiten, seien, dass Sega nicht mehr der Publisher ist, sondern Fox Next Games, also die, die eigentlich die Ehen-Lizenz haben, also Fox Studios, die jetzt von Disney gekauft wurden. Also komplett neue Leute stehen jetzt für das Projekt. Man weiß natürlich nicht, was dabei rumkommt. Aber schlimmer als Alien-Crawling-Marines kann es ja nicht werden. Das war ja der große Flop, sag ich mal. Aber wenn es eine Sache gab, die an Aliens, Collin and Marines cool war, dann die Tatsache, dass der, also der Online-Modus, der hat gefasst. Zwar war es technisch unter aller Kanone, nichtsdestotrotz, das war eine geile Idee, immer die Alien-Seite oder die Marine-Seite zu spielen und in der zweiten Runde switcht es dann. Und du hattest wirklich geile Alien, verschiedene Aliens, die verschiedene Fähigkeiten haben und du konntest die Charaktermodelle verändern und deinen Marine auch individuell anpassen. Und wenn sie das einfach in gut jetzt machen, dann haben wir ein Hammers-Game, mit dem ich mir Stunden um die Ohren schlagen werde. Also Killer, Killer. Ja, bleibt spannend, wie die Reise von dem Game so verläuft. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und auf jeden Fall davon auch wieder berichten, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt und so. Und mich enttäuscht es gerade so ein bisschen, dass ich jetzt von dir höre, dass sie jetzt erst damit anfangen zu entwickeln. Ich dachte schon, sie würden schon eine ganze Weile entwickeln, weil das Studio gibt es ja schon seit 2015 und die entwickeln ja schon seit 2015 und irgendwas rum, aber haben bisher ja noch nichts published, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, ich dachte eigentlich, die sind schon bereits in der Entwicklungsphase für das Spiel irgendwo eingetaucht und fangen nicht jetzt erst damit an. So war zumindest meine Hoffnung, sodass wir vielleicht jetzt eine Ankündigung haben, dass wir 19 vielleicht irgendwas sehen. Aber wenn die Jungs jetzt erst anfangen, würde es ja vor 2020 gar nicht sein. Ja, ich hatte die Frage. Also es gibt kein Statement, wo sie sagen, wir fangen jetzt erst an und so konkret. Aber sie haben halt noch nichts gezeigt, noch keine Einzelheiten, keine Trailer, keine Videos. Deswegen ist davon auszugehen, dass es jetzt einfach angekündigt wurde, dass ein Alien-Spiel entsteht. Aber es ist halt sehr still geworden um Alien. Alien Isolation liegt jetzt nun auch schon fast drei Jahre zurück. Oder zumindest zweieinhalb. Und ja, es ist einfach cool, dass wieder ein Game rauskommt. Es ist halt ein Online-Shooter, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich finde, das ist eine gute Lösung. Also, dass es ein reines Online-Game gibt für die Leute, die halt wirklich dieses Alien-Zweifieling haben wollen. Und eben so ein Story-Game, das sollte dann vielleicht eher in die Horror-Richtung gehen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ein guter Zwischenschritt. Wird aber wieder Zeit, weiß ich. Ich will mit Next-Gen-Konsolen Alien's kaputtballern und selber mit Alien's spielen. Ich finde, die ganzen Alien-Shooter insgesamt waren alle recht fett. Also, AVP hat mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, Call in the Marines, der Online-Modus. Ich habe hunderteile Stunden rein investiert und mit meinen Kollegen. Und ist geil, Mann. Ist geil. Weil, weißt du, du hast halt dieses Feeling, du bist so in der Ecke, ja, und du weißt nicht, wo kommen die Aliens her. Du hast einen Motion-Tracker und ihr müsst euch richtig absprechen. Wer legt wo eine Mine hin und wer tut welchen Gang bewachen. Und wenn du halt ein Alien-Team bist, dann rennst du richtig rum, greifst von der Decke aus an und so terrorisierst die richtig. Also, das fährt brutal. Es gibt eigentlich, das kannst du bei Call of Duty halt nicht oder bei anderen Spielen, ja. Bei Battlefield oder so. So eine Psychologie, so eine psychologische Komponente. Von dem her bin ich guter Dinge. So, was haben wir als nächstes auf dem Plan? Über die Switch müssen wir nochmal reden. Ich meine, die Switch ist ja bei uns so eine halb gechaste, halb verhasste, halb gelobte Konsole. Also zumindest mal, letztes Mal haben wir sie ein bisschen positiv erwähnt, wegen der Spielauswahl. Ich meine, sie hat ja immer noch so einen Reiz wegen Bayonetta 2. Und 3 dann auch. Und 3 dann auch demnächst. Genau, das ist jetzt der Punkt. Und in Japan zumindest verkauft sich die Switch ja wirklich brutalst gut. Zumindest wenn man sie vergleicht mit allen anderen Konsolen. Oder direkt vergleicht mit der PS4 vor allem. In der ersten Woche, glaube ich, mehr verkauft als PS4. Und vor allem die PS4 ist ja dann so ein bisschen rückläufig, was die Verkaufszahlen angeht. Was ja eigentlich so ein bisschen normal ist. Die ganzen Enthusiasten und so rennen in der ersten Woche los. Und dann verkauft sich's, verkauft sich's. Sonst wird immer ein bisschen weniger, weil der Markt ist gesättigt. Aber die Switch-Verkaufszahlen sind so extremst gut. Und vor allem auch teilweise über Monate hinweg relativ hoch. Und verteilt ich, hole man gerade so ein bisschen die Statistiken raus, dass wir es uns mal anschauen können. Die erste Verkaufswoche, 329.000 Exemplare von der Switch. Und jetzt in der 44. Verkaufswoche setzen sie immer noch 134.000 Exemplare abgesetzt. In der 43. Verkaufswoche schon gar 269.000. Also das ist, für manche Konsolen wäre das ein Launch, ja. Und hier ist es die 43. Woche. Ich meine, zwischendurch gibt's mal ein bisschen Einbruch. Nur mit 22.000 verkaufte Stück. Wohlgemerkt, das sind Verkaufswochen, von denen wir reden, ne. Also total krass. Das ist ein hessig. Und die PS schafft da halt so 7.000, 6.000, 5.000 Stücke. In der normalen Verkaufswoche. Ja, und die Switch geht halt einfach ab. Totale Rocket. Ja, also der Rekord, glaube ich, vom ersten Jahr ist, glaube ich, gebrochen. Also keine Konsole hat sich in dem Zeitraum bisher so schnell in Japan verkauft. Das ist schon beeindruckend, weil die PS4 ja schon da eigentlich alle Rekorde gebrochen hat. Und die Switch setzt gleich nochmal einen drauf. Also auf jeden Fall, der Markt blüht wieder auf. Ich meine, die Switch ist eben auch perfekt auf den japanischen Markt zugeschnitten. Weil jeder, der mal in Japan war, der weiß es. Du bist halt jeden Tag im Zug. Du bist jeden Tag unterwegs. Und es ist mit Mobile Games genau das Gleiche. Also in keinem Land verkaufen sich Mobile Games so gut wie in Japan. Weil die Leute halt hauptsächlich zocken, wenn sie unterwegs sind. Okay. Und die Switch ist da halt das, was sich die wahrscheinlich die meisten Fans schon von der Wii U erhofft hatten. Ich hatte selber mal ein paar japanische Freunde zu Besuch, die gar nicht fassen konnten, dass man mit der Wii U nicht unterwegs zocken konnte. Weißt du, was ich meine? Und da hast du jetzt eben genau das. Und ich glaube, ja, die freuen sich halt einfach, dass sie können direkt zu Hause weiterspielen. Und sind halt immer, weißt du, haben sie immer dabei. Und die Switch hat ja auch sagenhafte, gute Funktionen. Also du kannst ja auch, wenn du draußen bist, mit anderen Leuten zusammenspielen. Das ist eigentlich eine Handheld, die du zu Hause halt wieder an den Fernseher wieder anstöpfen kannst. Ohne große Probleme. Das ist halt auch einfach zu handhaben, das Ganze. Und das ist halt nice daran. Ja, der Knackpunkt, was mich immer noch abschreckt, ist halt, du bekommst eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich, kannst du ja nicht ins Mikro beißen. Du bekommst eigentlich, wenn man es mal so ganz objektiv betrachtet, relativ wenig Hardware für relativ viel Geld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was der Preis jetzt immer noch ist von der Switch, aber wird immer noch bei über 300 Euro aktuell liegen. Aber, aber, ganz kurz, ich hake kurz ein. In Japan halt nicht. Okay. Ja, dieses 330 Euro, das ist halt vor allem hier in Europa so. Weil hier ja die Händler selber bestimmen dürfen, wie sie es verkaufen. Und in Japan kostet das Ding halt knapp unter 300 Euro. Also so 290 umgerechnet im aktuellen Kurs. Ja, okay. Und das ist halt immer das. Ja, es ist halt einfach in Europa nochmal 30 Euro, klatschen sie nochmal drauf, damit man uns halt nochmal 30 Euro abzocken kann. Und deswegen kaufe ich sie aus Prinzip nicht für den Preis. Ja, der Preis ist ja auch ein bisschen psychologisch. Das macht ja auch viel aus. Ob du jetzt 330 Euro oder 290 Euro ausgibst, sag ich jetzt mal. Gut, 40 Euro Unterschied ist schon ein Haufen Asch. Das ist ein Game. Ja, das ist ein Game. Es ist ein Game, natürlich. Aber 290 wirkt auch gleich so psychologisch einfach viel weniger wie 300 irgendwas. Und das ist für viele, glaube ich, auch eine Schmerzgrenze. Einfach so die 300 Euro Marke ist einfach eine brutale Schmerzgrenze, wenn man sich halt vorstellt, du bekommst halt für den gleichen Preis schon eine PS4. Richtig, teilweise schon im Bundle mit zwei fetten Games oder so. Von dem her bin ich damit auch noch nicht warm geworden. Aber an sich freue ich mich für Nintendo. Und ja, ist halt das. Das Problem ist halt, dass wir halt in unserer Kultur nicht so sehr die Leute sind, die halt unterwegs zocken oder halt nur mit dem Handy zocken. In Japan ist ja ganz anders. Da siehst du halt, da gibt es halt Cafés von Monster Hunter, wo die Leute sich treffen, um mit PSP Monster Hunter zu spielen. Das haben wir natürlich hier nicht, ja. Aber ich denke schon, dass dieser Hype so ein bisschen auch in den Westen rüberschraubt, weil ich habe auch jetzt heute gesehen, in Deutschland hat die Switch auch schon die 600.000 Marke durchschritten. Das ist phänomenal, also. Ja, das ist ein gutes Ergebnis. Es verkauft sich schneller als die Wii. Ja, und die Wii war bisher der größte Erfolg. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Ich meine, interessant sind ja auch die Controller. Vor allem, was man mit den Controller machen kann. Und ja, also wir können, Wir können ja auch darüber gleich nochmal reden, ne? Ja, klar, können wir direkt einbauen. Genau. Nintendo hat heute ein neues Produkt angekündigt. Das nennt sich Nintendo Labos. Finde ich persönlich eine super witzige Geschichte. Und zwar, es sind im Prinzip zwei Spielesammlungen, oder zwei Games. Und was der Clou an der Sache ist, dass bei beiden Spielen so Pappkarton-Falz-Sets dabei sind. Also da gibt es zum Beispiel einmal das Variety-Pack mit so Minigames. Und da sind so Kartons drin, die kannst du dann zum Beispiel zu einer Angelroute zusammenfalten. Und du kannst deine Switch-Controller, die kannst du ja auseinanderklappen. Also du hast jetzt zwei Joy-Cons, links und rechts. Die kannst du ja vom Gamepad abnehmen und als Single-Pads benutzen. Und du hast diesen kleinen Screen, den kannst du auch in diese, in das, was du dir halt zusammengefaltet hast, halt so reinstecken. Dann hast du zum Beispiel eine Angelroute. Oder du hast ein Lenkrad. Oder du hast ein Klavier, kannst dann so ein Musikspiel spielen. Also du baust dir so ein Pappklavier, steckst die Controller unten rein und auf den Kartons sind so Barcodes drauf, die die Controller lesen können. Und dann kannst du halt so ein Klavierspiel spielen. Und ich finde das halt super witzig, weil es mal wieder was ist. Erstmal ist es innovativ und es ist halt so eine Verspieltheit, die auch, gerade wenn du Kinder hast oder so, das ist halt so ein Bastel-Element, was da noch mit reinkommt. Und das regt dazu auch an, so zu erkennen, wie du so Controller halt benutzen kannst. Das ist halt eine neue Art, einen Spiele-Controller einfach mal einzusetzen. Das finde ich halt nicht. Das ist brutal. Eigentlich sehr, sehr geil. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr nice Idee und auch sehr weit gedacht. Und vor allem auch sehr interessant von dem Aspekt her, dass die Controller, ich habe ja vorher gesagt, warte, ich muss kurz revidieren, was ich vorher gesagt habe. Ich habe ja gesagt, du bekommst für den Preis relativ wenig Hardware. Aber damit meine ich eigentlich ja nur, was du so an CPU-Power-Grafik-Chip bekommst. Du bekommst relativ viel Hardware in den Controllern, mit diesen verschiedenen Rumble-Abstufungen, dass die so feinfühlig sind, dass du zwei kleine Controller hast. Darüber haben sich im Vorfeld immer viele Leute beschwert, auch bei der Switch. Die haben gesagt, du kannst die Controller nicht richtig benutzen. Es tut mir so leid für jetzt alle Zuhörer, die komische Geräusche hören, aber es ist die Katze, die beim Popschutz vom Mikrofon die ganze Zeit sich dagegen reibt. Ja, der kleine Pus will einfach mitmachen. Was hast du zu sagen, Pus? Ich sehe das hier auf Skype. Wieder das Mikrofon anschnurrt und ablegst es. Die Katze merkt halt, dass du dich mehr mit dem Mikrofon beschäftigst, als mit dir. Ja, aber es muss jetzt leider einfach gerade sein. Nein, auf jeden Fall, was ich genau sagen wollte, also du bekommst ja relativ viel Hardware in den Controllern und viele Leute haben sich darüber beschwert, dass die Controller so unhandlich sind und dass die Controller so klein sind und ja, aber was sie jetzt machen, ist halt den Controller auf ein ganz anderes Level heben und mit dem Controller halt ein Real Life oder ein Im-Life-Szenario-Game abbilden oder ein Feature abbilden und ein richtiges Spielzeug auch teilweise draus machen. Es wird zu dem richtigen Spielzeug im Prinzip. Du baust dir eine Angel, du hast eine eigene Spielzeugange, in dem der Controller halt drinsteckt und das ist so interessant, und Nintendo geht da auch einen Weg, den sie immer schon so ein bisschen hatten, zu versuchen, nicht Videospiele an sich zu sein, sondern irgendwie auch doch noch Spielefirma und ich glaube, jetzt sind sie auf einem guten Weg, wo sie so eine Verknüpfung schaffen zwischen reiner Videospielewelt und realer Spielewelt, die quasi vom Video, von der Konsole mitgetragen wird. Genau, das wird dann so kombiniert und das ist auch wirklich das ganze, das ganze Grundkonzept der Switch, ist dieser soziale Aspekt, so miteinander spielen, in einer Gruppe, also im echten Leben, online oder so, das machen halt die anderen Konsolen, fette Online-Features, sondern hey, nein, wir setzen uns zusammen und spielen zusammen was und das ist eben das. Ich will noch kurz erwähnen, das andere Paket, was da jetzt rauskommt, ist dieses Robot Pack, da hast du so ein Roboter-Kampfspiel und dann kannst du dir aus diesen Pappkartons so ein komplettes, so ein Backpack halt zusammenschustern, ja, und dann spielst du den Roboter halt richtig nach, also du kannst dann die Fäuste benutzen und dann mit dem Jetpack rumfliegen, also, Kostenpunkt ist wahrscheinlich so um die 70 Euro, ist schon happig, aber du hast ja wie gesagt auch Software mit drin, von dem ja tolles, tolles Geburtshaus, würde ich sagen. ich, ja, also, ich bin gespannt, wann es die ersten Pakete geben wird, wo Leute sowas selbst bauen, weißt du, so die ersten Hacker und Tüftler, die sich dann so selbst Spiele darauf, vielleicht auch für einen PC programmieren, irgendwie die Controller koppeln und sich dann selbst aufs Pappe, so, oder zumindest dann Vorlagen im Internet wird es dann bestimmt irgendwann mal geben von Leuten, die dann sagen, okay, baue die Pappe nach der Anleitung dann zusammen und dann kannst du mein Game, das ich jetzt programmiert habe, dazu zusätzlich noch zocken, weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, dass es da so ganz viele kreative Ideen jetzt auch geben wird und ganz viele kreative Möglichkeiten auch in Zukunft geben wird. Ich habe schon die erste Idee, ja, für den neuen Alien-Shooter kannst du dir direkt so einen Motion-Tracker-Radar zusammenbauen. steckst du den Screen rein, dann kannst du dann so rumschwenken, von welcher Seite kommen die E-Gains, weißt du was, ich weiß, ich bin schon jetzt selber am durch. Oder es vibriert halt, ja, weißt du, wie ich meine, dass du dir so einen Motion-Tracker aus Pappe zusammenbaust, der Controller ist drin, du hältst ihn die ganze Zeit in der Hand und jedes Mal, wenn du auch in die Richtung Alien pointest, dann fängt er an zu vibrieren und du merkst, okay, okay, auf der Richtung kommt was oder so. Ja, also so ganz viele Features könnte man sich da auch bauen, auch im VR-Bereich später mal, weißt du, wie ich meine? Wäre ja geil, wenn du so richtig deine Brille auf hast, aber gleichzeitig noch dein ganzes Equipment in der Hand halten musst und du hast halt eine Gun aus dem Pappkarton gemacht, was weiß ich, aber ich denke schon, dass man da richtig geile Sachen sich bauen könnte. Ja, also schau es mal an, Nintendo Labo, da gibt es ein Video, da siehst du schon etliche Anwendungen, also ich habe, glaube ich, mehr als 10 habe ich auf jeden Fall gezählt. Ja, naja, und was man dann auch noch erwähnen muss, was auch interessant wird mit der Switch, ist natürlich, dass sie diese Woche, oder ich glaube, es war heute schon gar gestern released, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sie wurde gecrackt. Und das ist interessant. Das heißt, man kann jetzt theoretisch, illegal Spiele runterladen und dann halt irgendwas zocken, oder worauf wird es hinauslaufen? Also, die Crew, die den Hack geschafft hat, nennt sich Fail Overflow und das ist die Hack Crew, die auch schon die PS3, glaube ich, gecrackt hatte, oder zumindest noch mal. Was übrigens sehr, sehr lange gedauert hat. die PS3 hat sich ewig gehalten. gecrackt. Und das sind aber, ja, das sind aber gut Hackers. Also, die haben damals auch ihren PS3 Hack nicht released. Und es ist auch abzusehen, dass sie eigentlich den den Switch Hack wahrscheinlich nicht releasen werden. Ich habe nur so viel gelesen, dass der Switch Hack auf jeden Fall ein Hardware Hack ist. Das heißt, er wäre nicht patchbar. Also, durch Software Upgrades. Das hieße im Prinzip, dass alle Nintendo Switch Versionen, die jetzt verkauft worden sind, quasi crackbar sind oder hackbar sind. Und man quasi ein Hardware Update oder eine Hardware Revision brauchen würde, damit man eine Version bekommt, die ja, nicht mehr hackbar ist. Ja, jetzt gibt es bestimmt Leute, die darauf spekulieren, jetzt noch mal schnell eine Switch abzukassieren oder jetzt eine zu kaufen dafür. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so zielführend ist. Weil das, was man bisher von dem Hack überhaupt gesehen hat, ist einfach nur, dass sie es geschafft haben, vor dem Bootmenü einen eigenen Screen quasi mit einzublenden. Also, es ist auch die Frage, wie weit das geht. Kannst du danach wirklich eigene Spiele, gedownloadete Games irgendwo zocken oder nicht oder keine Ahnung was. Also, es bleibt abzuwarten, aber auf jeden Fall ist da schon ein bisschen was in der Richtung geschehen. Ja, das ist dann immer das mit diesen Hackern. Einerseits sehen das ja die Publisher nicht so gern, wenn das passiert. Andererseits lernen die ja auch davon, wie sie das eben sicherer und besser machen können. In diesem Fall wäre es ja genau so. nochmal ganz kurz zu erwähnen, die Hacker Crew Failoverflow, wenn sie ihrem Motto bisher getreu bleiben, dann wird das gar nicht released, der Hack. Das heißt, Nintendo hat jetzt eine Chance zu wissen, okay, da gibt es eine Hardware-Lücke und könnte jetzt rein theoretisch nachbessern, ohne dass Schaden entsteht. in der Konstellation. Ist also wahrscheinlich nicht der Grund dafür, dass sich die Switch gerade so gut verkauft. Nein, 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 das nicht, das nicht, das nicht. Aber es ist halt trotzdem interessant, auch, weil es zeigt, also es ging relativ schnell, fand ich jetzt, bei anderen Konsolen hat es viel, viel, viel länger gedauert. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach an der Hardware liegt, ob es einfach einfacher war, jetzt die Switch zu hacken oder ob es einfach das Interesse so extrem groß war, an dieser Switch rumzumanipulieren. Und ich glaube, es ist eher zweiteres, das Interesse an der Konsole ist einfach wahnsinnig groß, weil sie halt doch, ja, so ein kleiner, portabler Computer dann irgendwo ist, ne, und wenn du das Ding halt wirklich übernehmen könntest und da dein eigenes Betriebssystem drauf machst, dein eigenes Linux oder sonst was, dann hättest du halt wirklich einen Tablet-Computer mit dabei, der gleichzeitig Videogames zocken kann und, 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 ja, da gibt es viele, ähm, auch Motivationen im Bereich des Bastlertums einfach, weil, wenn man, wenn man ehrlich ist, wenn du so eine frei programmierbare Switch hättest, dann könntest du schon richtig geile Sachen machen und für viele Use Cases auch verwenden, ne, und ich glaube, das ist einfach richtig interessant auch für viele Leute. Ja, der Tüftler-Aspekt spielt da, glaube ich, immer mit rein, das ist einfach dieses, ja. So, ähm, dann kommen wir zur nächsten News, würde ich sagen, ähm, das ist halt wieder, das ist halt so eine Leidenschafts-News von mir persönlich, aber Square Enix hat diese Woche, ähm, die Final Fantasy XV Royal Edition angekündigt und ich sage im Vorfeld, für alle, die diese Spiele noch nicht haben, wartet auf diese Royal Edition, weil, böse Zungen werden jetzt behaupten, jetzt ist es endlich das Spiel, was wir uns gewünscht haben und das stimmt auch, es ist für mich jetzt genau das Final Fantasy XV, von dem ich geträumt habe, aber Final Fantasy XV hatten ja auch davor schon hunderte Stunden, äh, Freude beschert und ich finde es halt richtig geil, dass sie das Spiel so ausbauen, wie sie es tun, ähm, die Royal Edition ist zeitgleich mit der PC-Edition angekündigt worden, also die PC-Edition, die wird schon die Royal Edition sein, okay, und eines der, der größten Features ist eben wahrscheinlich auch vielleicht vor allem an PC-Spieler gerichtet, nämlich, dass man jetzt das komplette Spiel in Ego-Perspektive durchspielen kann, das ist halt für einen Final Fantasy ein absolutes Nürvon, aber wenn ich halt so wie meine Freunde sehe, die halt so, ähm, hier Obligion zocken und so, die, die sind halt so typische, ja, so PC-RPGs, die würde es sicherlich freuen, äh, auch natürlich kompletten Maus-Ratatour und 4K-Support, alles was modernes PC-Spiel halt mitbringen muss, ähm, darüber hinaus gibt es ein neues Dungeon in Insomnia, für alle, die das schon kennen wissen, das ist der letzte Bereich, in den man kommt, eine riesige Stadt, die so Tokio nachempfunden, die aber zerstört ist und man hat sich halt sehr darauf gefreut, so, das da halt, äh, da hinzukommen und dann passiert da nicht wirklich viel, kommt eigentlich nur der Endkampf, paar Monate machst du noch platt und jetzt hast du da halt ein richtig schönes Dungeon, drei neue Bosse, also Zebros und Omega Weapon, das sind halt so Final Fantasy Mainstays, die sind halt wieder jetzt da und, ähm, es gibt dann, ähm, man kann auch die Könige von Lucis herausfordern, das ist in der Story vom Spiel, das sind das ganz wichtige Figuren, die vor allem in dem CGI Anime eine große Rolle spielen, der die Vorgeschichte zu Final Fantasy 5 erzählt, die kannst du jetzt herausfordern, ähm, es gibt ein neues Accessoire mit den X-Weapons, also Waffen, die wir im Spiel sammeln, ähm, so, die könnt ihr dann, habt ihr dann neue Fähigkeiten mit denen, könnt fette neue Moves machen, das ist auch etwas, was nachgebessert wurde, weil die X-Weapons halt im Endless-Effekt kaum benutzt werden im Spiel, ähm, weil sie dir halt Magie abziehen und jetzt hat man halt einen neuen Grund geschaffen, diese Weapons halt zu benutzen, also es, ähm, darüber hinaus gibt's, ähm, ein Boot, du kannst also im, im Boot rumfahren zwischen zwei Gebieten, also die Spiele fährst du einmal mit dem Boot halt zu einer anderen Stadt, Altissia nennt die sich und jetzt kannst du halt wirklich dich frei bewegen auf dem Meer, kannst Fische jagen, Wale, sind da, äh, Firm der Roma, also es sieht wirklich, wirklich cool aus, einfach so was Neues zum Erforschen, also Angeln ist ein ganz großer Faktor in Final Fantasy XV, und jetzt hast du halt massig Fische, die du noch sammeln kannst und für die Nerds ist es halt absolut traumhaft, ähm, also ich lese halt alles mal kurz die ganzen Features vor, warte, 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 kann ich auch mit einer Pappangel von Nintendo, Tja, ich glaube, dann musst du warten, bis das Spiel für die Switch erscheint, wenn es denn jemals passiert, ähm, dann die Season Pass Inhalte sind, ähm, wenn ihr die Royal Edition auf Disc kauft, sind die ganzen Season Pass Inhalte mit dabei, die lohnen sich auch sehr, weil die sind vier Episoden, ähm, die sehr viele Storylücken schließen und das Ganze auch wirklich cool weitererzählen, also, für alle, die Final Fantasy XV schon durch haben, holt euch die Episoden, die sind Killer, die machen richtig Spaß und ein ganz kleines Feature noch für mich, ja, neben neuen Quests und neuen Lackierungen und dies und das, ähm, klar, da sind neue Features, es gibt in dem Spiel so 15 Files, die heißen Kosmonologie-Geschichten, die halt so die Mythen und Legenden der Welt erzählen und die, die auch sehr viel, also die so ein bisschen so die Hintergrundstory noch so ein bisschen mehr beleuchten, die kann man sich jetzt alle schön anschauen in der richtigen Reihenfolge und es sind auch noch neue Files verteilt, also ihr merkt schon, sie haben das Spiel einfach jetzt richtig schön ausgebaut und das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass wenn ihr, wenn ihr das normale Spiel habt und ihr den Season Pass habt, bekommt ihr das alles kostenlos, ohne Aufpreis, ähm, es gab das Gerücht, dass wenn ihr den Season Pass nicht habt, dieses Upgrade 20 Euro kostet, das wurde aber dementiert, also weiß ich nicht ganz genau, wie das ist, wenn man sich den Season Pass nicht gekauft hat, aber sollte es so kommen, dann ist der Season Pass jetzt 50 Euro wert, obwohl er ja nur 30 kostet, von dem her im Großen und Ganzen eine tolle Geschichte und kann ja Square Enix auch nicht vorwerfen, dass sie noch ein bisschen Geld verdienen wollen mit einem Spiel, in dem sie 10 Jahre lang gesessen sind. Also ich freue mich mega, ich werde das Spiel nochmal reinhauen, ich werde mir das alles reinfetzen, weil, und das möchte ich in einem anderen Podcast vielleicht mal erwähnen, ich finde die Open World von Final Fantasy 15 bisher diejenige, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Okay. Weil sie so strukturiert ist, dass du diese Welt einfach genießt, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Also es ist eine sehr, sehr schöne Welt, in die ich mich gerne, ganz gerne reinbegebe. Okay, cool. Yo. Final Fantasy. Ja, dann bleiben wir doch direkt beim Thema. Final Fantasy geht gerade übelst ab und zwar haben wir jetzt das 30-jährige Jubiläum von Final Fantasy hinter uns. Überleg mal, 30 Jahre gibt es die Serie schon und zu diesem Anlass wurde jetzt Dissidia NT Final Fantasy, also Dissidia NT veröffentlicht und die Leute, die eine PSP hatten, die kennen das Spiel und das ist ein Fight Game, wo man quasi einfach mit einer Party aus seinen Lieblings Final Fantasy Charakteren aus allen Teilen gegen andere Partys battlet. Da ist jetzt die offene Beta gelaufen letzte Woche in zwei Phasen, die läuft glaube ich immer noch, also ihr könnt sie euch kostenlos runterladen und euch gegenseitig auf die Mütze geben. Wir haben mal reingeschaut. Die läuft immer noch? Ich glaube, heute ist der letzte Tag der zweiten Phase und eine dritte Phase kommt auch auf. Achso, ja, ja, Bro. Ich dachte nämlich, weil wir haben ja unser letztes Game einfach so voll auf den Sack bekommen und dann wollten wir nochmal einen starten und dann waren die Server down. Waren die Server down und Punkt 22 Uhr ging die Server down. Die Beta ist zu Ende. Der Jerome war schon ganz deprimiert, aber lustigerweise am nächsten Tag habe ich auf der Arbeit gesehen einfach den News, dass die zweite Beta einfach basiert und dann halt neue Charaktere, also die anderen Charaktere, die gefehlt haben in der ersten Beta kannst du jetzt in der zweiten Beta spielen. Okay, gut, gut. Ja, und da hat er sich mega gefreut, der ist immer noch am Fetzen. Sehr gut. Genau. Ja, was war der Eindruck? Also ich wusste ja schon ungefähr, was mich erwartet. Ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden damit. Okay. Also im Vergleich zu den alten Teilen, die alten Teile, da ging den Kampf schon locker mal 10, 15 Minuten. Man merkt halt, dass die Kämpfe jetzt mehr Spielhallen-Niveau haben. Also es kam auch schon vor zwei Jahren in Japan, das Spielhalle rauszuspielen. Und es ist auch co-entwickelt mit Team Ninja, Dead or Alive, Ninja Gaiden, also Leute, die schon sehr viel Erfahrung mit Spielhallen spielen haben. Und das merkt man im Spiel an. Also die Kämpfe sind manchmal sehr, sehr schnell vorbei. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr wählt drei Charaktere aus und also jeder spielt einen Charakter und ihr kämpft gegen andere drei Charaktere. Und wie gesagt, aus allen Teilen gibt es da ein paar Protagonisten, Antagonisten und ihr könnt dann so ein paar Skillsets, also ihr könnt eure Skillsets so ein bisschen festlegen und im späteren Spiel wird es auch massenhaft weitere Systeme geben, also Ausrüstungssets und dies und das. Und gibt es halt verschiedene Rollen quasi. Der eine ist eher sogar Nahkämpfer, andere sind eher Fernkämpfer und Magier und dann dann kämpft man sich halt durch die Map und es gibt zwei Leben quasi, also man kann sich regenerieren, wenn man stirbt, aber wenn das in einer Party zweimal gemacht wurde und der dritte stirbt, ist es quasi gegenwürdig. Genau, das ist so das Ding. Ja. Und das Spielprinzip, ja, ist so ein bisschen Smash Bros. like, also ihr habt so, ihr habt so einen Bravery-Wert, Mood nennt es sich das auf Deutsch, damit schlagt ihr halt rein, das sind quasi so schnellere Attacken, mit der steigert ihr eure Bravery und dann habt ihr HP-Attacks, mit denen ihr dann den Lebensbalken des Gehters angreift und die ist eben immer so stark, wie eben die Bravery, die ihr vorher aufgeladen habt. Also wenn ihr jetzt bis auf 9000 hochgeladen habt, indem ihr Kombos gemacht habt und dann so eine HP-Attack raushaut, die ist meistens ein bisschen schwerer zu treffen, dann macht ihr halt deftig Schaden, das ist so das ganze Ding. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem des Spiels, zumindest wenn man ein Neueinsteiger ist, wie ich. the fuck geht ab. Ja, ich meine, ich muss zugeben, selbst als Veteran war es schwer für mich die Übersicht zu behalten. Bist du ein Overloader, ein bisschen schwer für eine Übersicht. Ich meine, du brauchst ein paar Games, dann hast du schon so einen gewissen Flow davon, er muss ein bisschen mit Movement spielen, also es ist ja jetzt kein Fighting Game, es ist auch mit Smash Brothers richtig ein bisschen schwer zu vergleichen, also es ist ja so ein Arena Brawler, wo man quasi in einem, ja, in einer Arena halt rumfliegen, rumrennen kann, was komisch ist, ist ein bisschen der Target Lock, also man lockt sich immer auf einen der Gegner ein und der ist quasi immer anvisiert mit seinen Schüssen, man kann quasi nicht frei zielen oder so, sondern man hat halt immer ein Das stört mich ein bisschen. Ein vorgelocktes Ziel und man sieht halt auch immer welche Gegner einen locken und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass da die Kamera so ein bisschen spastisch wird, die versucht immer den Gegner einzufangen, die mich anlocken, aber auch irgendwie versucht, die Kamera, die Gegner einzufangen, die ich angelockt habe und das macht irgendwie manchmal so ein bisschen, weiß nicht, also mir hat manchmal einfach die Übersicht gefehlt, ich habe mich manchmal ein bisschen so blind und verloren gefühlt, so von der Kameraperspektive her. Ja, ansonsten war eigentlich relativ fetziges Game. Was mich gestört hat, ist tatsächlich die kurzen Rundenkämpfe, dass die wirklich halt so nach zwei, drei Minuten, manchmal fünf Minuten schon komplett zu Ende waren. Das hat mich eigentlich total gestört, weil ich fand das ein bisschen schade. Also ich würde mir gerne dann längere Rundenzeiten wünschen, einfach aus, ja, du kommst erstmal in so einen Flow rein, du lernst das gegnerische Team kennen so ein bisschen so vom Manövern her und ehe man sich's versieht, ist es so schon wieder vorbei und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so, das Team, das den ersten Kill macht, gewinnt halt auch irgendwie, weil dann hast du irgendwann mal, oh, Überhand, Domination und dann ratzfatz ist es halt irgendwie vorbei und gut, es ist noch Beta, vielleicht war es noch ein Problem mit dem Balancing und so und ja, auch mit unserer, Schrägstrich meiner vor allem, Unerfahrenheit in dem ganzen Spielmodus, aber ich habe mir da so ein bisschen, ja, ich habe mir da so ein bisschen so, ich kam mir so ein bisschen so vor, als ob es halt nach dem Motto ist, der First Kill Team gewinnt eh und dann ist es zack vorbei. Was ich auch noch ein bisschen störend fand, das sind die langen Wartezeiten, ganz ehrlich, also wir haben relativ lange warten müssen immer wieder, bis wir ein gegnerisches Team hatten und das halt bei so drei Minuten Fight und dann ist es vorbei und dann musst du wieder warten, bis die nächsten Gegner kommen, das ist ein, ja, weiß nicht, ob es an der Beta liegt, am Matchmaking Code oder weil es zu wenig Leute spielen oder weil wir ein vordefiniertes Dreierteam waren und dann warten mussten, bis wir nochmal ein Dreierteam hatten, das weiß ich gar nicht, aber das finde ich wiederum positiv, dass der Modus ist 3 vs. 3 und ganz ehrlich, finde ich viel geiler wie 5 vs. 5, ja, vor allem für Casual Player, warum? Weil du einfach in einem 5 vs. 5 Modus, das kriegst du so selten halt hin, also finde ich zumindest, ja, ich merke das immer in diesen Online Games, früher auch beim Heroes of the Storm spielen oder sowas, bei den ganzen MOBA Games, ist es immer das Problem gewesen, du hast gerade mal drei Leute da, du hast vier Leute da, aber es fehlt immer der fünfte, wenn du nicht gerade irgendwie ein Pro Team bist oder sonst was, es fehlt immer der fünfte Mann und wenn mal die ganze Crew, die du hast am Start sind, dann sind halt acht Leute da, ja, und dann können halt fünf spielen und die drei anderen müssen wieder mit zwei Randoms spielen und das ist halt einfach so ein bisschen nervig, aber so ein 3-3er Team, das bekommst du halt auch jeden, nicht jeden, aber relativ schnell halt hin abends und so, deswegen finde ich den Modus sehr ansprechend, finde ich cool, ja, grafisch, das ist das Neiße daran, ja, grafisch, sorry, ganz kurz noch, grafisch nochmal den Senf loslassen, ähm, Final Fantasy typisch steril, weiß nicht, ist es so, ja, ist okay, ich meine, ist immerhin dem ganzen Ding zudienlich, dass du auf jeden Fall deine 60 FPS haben wirst bei dem Game, weil das sieht nicht so aus, als ob es grafisch irgendwie die Playstation an irgendwelche Grenzen bringen wird, von daher ist es wenigstens flüssig und, ähm, ist dir auch egal in dem Game eigentlich, der Faktor ist halt ein ganz anderer, der Fun-Faktor eigentlich in dem ganzen Battling und so, und, ja, da ist es, denke ich, schon besser, du hast die smoothen Framerate, wie irgendwie, ja, absolut, hauptsache Geschwindigkeit und Flüssigkeit und, ja, du hast schon recht, Final Fantasy zeichnet sich eben dadurch aus, dass alles so perfekt aussieht, ja, so sauber und so, das hat schon so eine Sterilität an sich, aber für mich war es tatsächlich ein grafisches Upgrade, weil ich kenne ja nur die PSP, Version und, und viele der Charaktere habe ich halt noch nie, hatte ich gesehen, ja, und das war halt das Geile, ja, die ganzen Charaktere, also die Charakterdesigns sind halt, wenn man, wenn man denn Final Fantasy Fan ist, sind sie wirklich, auch nochmal schön, vor allem, weil es eben auch, ähm, alte Charaktere quasi siehst du halt, die es vorher nur als Pixel gab, siehst du halt redesigned, als voll komplett detaillierte, das war jetzt das Schöne, aber wir haben mich jetzt auch sehr gestört, also wir haben teilweise länger gewartet, als dass die Runde dauerte, eigentlich immer, immer, und ja, wir sind halt schon sehr schnell abgezockt worden, kommst du sehr schlecht, lernst du halt dadurch die anderen Charaktere kennen, weil du halt immer gleich stirbst, aber ich kann Entwarnung zumindest insofern geben, dass Dissidia sich doch tatsächlich durch einen extrem umfangreichen Story-Modus, ähm, ausgezeichnet hat, der auch noch sehr viele zusätzliche Spielelemente bietet, das wird auch relativ taktisch später, kannst du noch Regeln festlegen, oder es werden die Regeln aufgesetzt in den Kämpfen, und, also was du dann abete gesehen hast, ist wirklich schon die Spitze des Eisbergs an Systemen, was das Spiel nachher zu bieten hat, also es ist wirklich, man sagt, ich würde es als Taktik, äh, Realtime-Action-RPG bezeichnen, also es ist ein ganz eigenes Ding irgendwie, und ich denke, wenn du dann das Spiel halt holst, dann hast du diesen Story-Modus, das ist wie ein riesen Tutorial, was wahrscheinlich schon 100 Stunden, wenn der Zeit in Anspruch nehmen wird, dann wirst du wahrscheinlich online voll abgehen, nichtsdestotrotz kotzen mich die kurzen Kämpfe richtig an, muss ich ehrlich sagen, das pisst mich an, weil das Geile an der PSP war halt echt, wir hatten wirklich Kämpfe wie in Advent Children, oder von dem von mir gerade erwähnten Final Fantasy 15 CGI Film, den möchte ich auch nochmal kurz ansprechen hier, Kingsglaive, wenn ihr Final Fantasy 15 spielen wollt, guckt diesen Film an, der ist nicht nur geil gemacht, äh, guckt den Film auf jeden Fall an, auch wenn ihr nicht Final Fantasy spielen wollt, weil er, also wirklich, auch wirklich, wenn man kein Final Fantasy, richtig nerdy Fan unterwegs ist, kann man sich den Film auf jeden Fall angucken, weil er wunderschön aussieht, und auch trotzdem sehr cool ist, also er hat selbst meiner Frau gefallen, echt? ja, also, weißt du was ich meine, und sie ist ja überhaupt nicht so in Videogames in der Szene drin, aber wir konnten ihn einfach so angucken, und sie hat gesagt, coole Film, hat auch, die, die, Cersei aus Game of Thrones als Sprecherin, und, ähm, John Bean spricht den König, also, und Jesse, Jesse Eisenberg, nee, Jesse Pinkman spielt auch, nee, Pinkman, ist egal, auf jeden Fall, ein paar gute Schauspieler sprechen, ähm, ja, und deswegen, aber solche epischen Kämpfe hattest du halt auf der PSP, und das ist halt, aber wie gesagt, das war ja in der Beta noch ausgegraut, das gibt ja noch Customized Matches, da hast du wahrscheinlich dann, denke ich, die ganze Palette, ähm, an Einstellungsmöglichkeiten, kannst bestimmt auch eins gegen eins spielen, und dann hast du, denke ich, auch deine ganzen langen Matches, weil jetzt gibt es nur die Ranked Matches, und die sind halt gebalanced, und, war auf der PSP auch schon so, dass es diesen Arcade-Modus gab, da konntest du auch keine Ausrüstung individualisieren, und, ja, da hast du es, da ist es dann halt einfach nur für den schnellen Rush zwischendurch quasi ausgelegt, yo, damit war ich, bin ich eigentlich, damit sind wir erst mal mit Final Fantasy fertig, genau, ja, ich habe euch auf jeden Fall ein Auge, das passt, also ja, wie gesagt, es war eine Beta, passt mir mal, man weiß ja nicht, was danach noch alles, alles kommt, auf jeden Fall nice, ich meine, drei Beta-Phasen, das kannst du das Spiel, die wir eine Woche vorher quasi, eine Woche lang anschauen, ist natürlich auf jeden Fall eine feine Geschichte, eine kleine News gab es noch, die heute frisch reinkam, die mich persönlich ein bisschen interessiert, und zwar Amy Henning, die, die zuhören, ich habe sie auch schon öfter erwähnt, ist eine ganz, ganz beliebte Videospiel-Autorin, die hier an Uncharted vor allem maßgeblich beteiligt war, und Soul Reaver, und dies und das, hat heute gesagt, dass sie findet, dass Streams und Let's Plays, die Verkaufszahlen von Spielen zerstören, Veto, Veto, ich sage Dito, aber du zuerst, du zuerst, ja gut, okay, jetzt können wir verschiedene Argumentationsgrundlagen, was packen, ich glaube, Versus Match beginnt, Versus, wie Versus, Versus Match, also wie, was so eine Position hast du, wenn du Dito sagst, zu meinem Veto, dann müsstest du doch sagen, Streams und Let's Plays zerstören die Verkaufszahlen nicht, oder denkst du, dass sie doch die Verkaufszahlen zerstören? Ja, ich meinte Dito ihr gegenüber, ich finde es hier hat recht, aber nicht du los, ach so, eine ganz kontroverse Meinung, okay, gut, ähm, ja, interesting, interesting, also, ähm, ganz kurz, ich finde nicht, dass Streams und Let's Plays die Verkaufszahlen wirklich ruinieren werden, weil das ist genau der, der gleiche Faktor, ähm, wie, wie mit dem MP3 Streaming und Downloads und illegales Stuff und sonst was, ich meine, die Content Provider, diejenigen, die halt den ganzen, ja, die ganzen Medien produzieren und so, auch im Filmbusiness, haben sich immer wieder durchgesetzt, und sie machen immer noch Geld damit, und die ganzen Raubkopien und so, also, ich will jetzt Let's Plays und Streams überhaupt nicht als Raubkopien vergleichen oder dahin stellen, ganz im Gegenteil, ne, das ist für mich nochmal eine ganz eigene Schaffensart, die es da gibt, aber nehmen wir einfach mal die Diskussion auf, weil das Argument ist das gleiche, ja, Raubkopien zerstören die Verkaufszahlen von Kino, äh, an der Kinokasse oder von Filmen oder so generell, ja, so ungefähr, es prescht, oder das Argument hier prescht so in so eine gleiche Nische wie, wie vor zehn Jahren, so auch mit der Musikindustrie und so, ja, und schwarz gebrannte CDs, zerstört alles, pipa pum, ähm, und ich glaub dem einfach nicht, weil, wie gesagt, die großen Provider, die großen Content-Hersteller haben sich ja trotzdem durchgesetzt, die gibt es ja immer noch, ja, die machen ja immer noch Zeug, und, was halt passiert ist, Leute gucken sich Let's Plays an, nicht, weil sie das Spiel an sich sehen wollen, sondern weil sie den Entertainment-Wert des Spielers miterleben wollen, und natürlich auch des Spiels bedingt, ja, aber ich glaube immer noch ein Spiel zu schauen, ist halt etwas ganz anderes, wie ein Spiel selbst zu spielen, und ich glaub, das wissen auch die meisten Spieler, und ich glaube halt, was passiert ist, dass viele Spieler Spiele, die anschauen, weil die Leute, die die Spiele spielen, und deren Flair, den die Spieler, oder die Streamer rüberbringen, den Leuten, die zuschauen, einfach gefällt, ja, und weil ihnen vielleicht in Teilen auch das Spiel gefällt, aber vielleicht nicht so sehr, dass sie es selbst kaufen würden, und wenn doch, dann würden sie es selbst kaufen, weil sie das Erlebnis einfach selbst spüren wollen, ja, und da einfach mitmachen wollen, und deswegen glaube ich nicht, dass die Verkaufszahlen dadurch wirklich runtergehen, weil, wenn du da, wenn du Bock hast, das Game selbst zu spielen, dann spielst du es einfach selbst, dann kaufst du es dir, dann holst du es dir, ja, dann, du sagst nicht, boah, da gibt es hier das neue Evil Within 2, ich habe so Bock, das zu zocken, ich gucke jetzt jemandem anderes dabei zu, weil das ist ein anderes Gespür, das ist ein anderes Feeling, ja, ich würde schon gar so weit gehen, dass ich sage, ja, Streams und Let's Plays und so, die zerstören eher das Fernsehprogramm, Haha, ja, könnte es sein, ja, weil das ist nämlich genau das, was passiert, junge Leute, oder gewisse Zielgruppen suchen sich Entertainment, Feierabend Entertainment, kommst von der Arbeit nach Hause, und denkst dir, boah, keinen Bock mehr zu zocken, aber in der Glotze habe ich auch keinen Bock, irgendwas anzugucken, also schaue ich jemand anders zu, weißt du, und kriege mein Entertainment da halt her, weil ich einfach sage, ja man, ich reite einfach mit auf der Welle, ich bin halt Videogame-Nerd und Videogame-Fan, und jetzt kann ich mir das wie ein TV-Programm halt auch, reinziehen, ja, und man muss auch ganz klar sich damit konfrontiert sehen, das sind Dinge, die gab es früher nicht, in unserer Jugend hattest du nicht die Möglichkeit, sowas zu tun, ja, ich muss ja hier ganz ehrlich sagen, ich war vielleicht einer der ersten Let's Player, nein, Quatsch, aber als ich 13, 14 war, ja, damals haben wir angefangen, ähm, Spiele, Videogames, ja, von Super Nintendo und sonst was, auf VHS-Kassetten aufzunehmen, alle meine Freunde haben das gemacht, im ganzen Freundeskreis, überall, wir haben alle unsere Games, unsere Levels und sonst was auf VHS-Kassetten aufgenommen, ja, wir sind zum Aldi oder sonst was gegangen, haben uns so eine Blanco-VHS-Kassette genommen, den Super Nintendo an den Videorekorder angeschlossen, ja, und dann haben wir einfach ein Gameplay aufgenommen davon, ja, und haben danach halt die Dinger teilweise untereinander ausgetauscht, weil es einfach Fun war, das war einfach lustig, dann so ein bisschen hinzuzusehen, wir hatten keine Audio-Kommentars, kein Voice-Over, nichts dergleichen, ja, ich habe schon gar noch, ich habe hier irgendwo noch eine Kassette rumliegen, wir haben dann irgendwann mal, sind wir in Stuttgart neu geräut, in der Medienwerkstatt dort gewesen, die hatten dann ein richtiges professionelles Schnitt-Equipment und so, dann konnten wir erstmal so einen Titel drüberlegen, und so einen Abspann machen, mit unserem Namen rein und so Geschichten, also das ist halt einfach so ein Punkt, ja, den hast du schon immer, also ich zumindest schon immer gerne getan, einfach mit anderen zusammengespielt, und auch dieses Spielerlebnis zu teilen, und das passiert halt heute in diesem Medium im ganz, ganz, ganz großen Stile, und ist halt ganz einfach, ja, aber das ist auch eine Chance für Produzenten von Videogames, mit diesem neuen Markt überhaupt umzugehen, nämlich dadurch werden Spiele erst bekannt, ich glaube, dass es ganz viele Spiele gibt, auch im Indie-Bereich, die halt bekannt werden, weil Leute diese Spiele überhaupt streamen und anschauen, ja, und andere Leute kaufen sich dann die Spiele auch, und machen sie halt nach, oder zocken sie nach, und, ähm, ja, vielleicht kann es wirklich sein, dass es Leute, oder dass es Bereiche gibt, die wirklich davon, darunter leiten, dass die Verkaufszahlen runtergehen, das sind dann aber die, die möchte gerne Triple-A-Spiele, die einfach Leute abzocken wollen, die glaube ich wirklich, Ja, ja gut, also ich bin eigentlich, du hast mich eigentlich fast schon überzeugt, bis mit diesem Satz, also, ich sag mal so, du hast, ich meine, es haben ja auch die Hersteller selber erkannt, du hast jetzt Streaming-Features in der PS4 schon mit eingebaut, ja, die wollen das ja selber, dass du das pusht, weil es eben die Spiele auch verbreitet, ja, weil viele Leute auch in Games Einblick dadurch kriegen, ähm, dass sie sonst nie angeguckt hätten, weil sie sehen, hey, meine Freunde zocken das gerade, ich guck mal rein, ja, es ist eigentlich kostenloses Marketing, was du durch diese Streaming-Feature bekommst, und eben, das habe ich ja auch, ich meine, das ist ja auch witzig, dass ich hier die Gegenposition annehme, weil ich ja selber hier jetzt neuerdings, äh, streame, und wir auch beide Let's Plays produzieren, ähm, und ich habe dabei auch gemerkt, dass es wirklich schön ist, ja, so zu streamen, weil das verbindet dich halt mit Menschen, die mitfiebern, ja, gerade, gerade jetzt bei älteren Spielen, Bloodborne, Resident Evil, gucken die Leute jetzt so, sagen, geh hier hin, geh dorthin, oder, und du fühlst dich da auch so ein bisschen, wie so ein Film-Recess-Show noch zusätzlich, das ist eben gerade der Aspekt, den du angesprochen hast, hier mit Video zusammenschneiden und so, es macht wirklich Spaß, und, es macht das Ganze auch sozialer, sag ich mal, vor allem auch Singleplayer-Spiele, werden dadurch irgendwo geöffnet, ähm, keine Frage, das ist eine absolut geile Sache, und ich werde auch weiterhin streamen, ich denke, ihr Startpunkt kommt eben da, rührt daher, von den Spielen, die sie bisher gemacht hat, ja, das sind eben diese Abenteuer, diese, wie so Filme sind, ja, so Uncharted, und, sorry, und ich weiß halt zum Beispiel, aus meinem eigenen Umfeld, ja, ähm, Wangi zum Beispiel, ähm, der hat, äh, zum Beispiel Alien Isolation, angefangen, war ihm zu gruselig, hat er sich, oder ne, das stimmt gar nicht, er hat Alien Isolation zum Beispiel, konnte es sich nicht leisten, hat er sich den Stream angeschaut, ja, hat gedacht, ja, okay, ich dachte, das Spiel wäre ein bisschen gruseliger und so, hat es dann nicht gekauft, als er es dann mal gezockt hat, kam eben genau das zum Tragen, boah, das ist ja voll der Horror, wenn du mal selber in der Situation bist, und dann hat er sich eben doch geholt, ja, oder ein anderer Kumpel von mir, Resident Evil 7, hat ihn interessiert, dann hat er im Stream angeschaut, wie geht es halt weiter, hat gemerkt, ja, ist vielleicht doch nicht so tiefgründig, wie ich dachte, und hat es dann halt doch nicht geholt, aber das sind eben gerade so Spiele, wo es eben sehr darum geht, diese Atmosphäre zu haben, und dieses nicht zu wissen, wie geht es weiter, ja, diesen in den Jahren Story basierten Abenteuer, und, und da spoilerst du dich halt einfach extrem in diesen Streams. Okay, gut, aber, und es ist dir einfach, ja, natürlich, ja, gut, kurz, ich muss hier intervenieren, einfach nur, ne, erstens mal, wer Resident Evil 7, einfach zweifelt, bei einem Resident Evil Teil, ihn zu kaufen, oder nicht zu kaufen, sorry, man, Resident Evil, kauf, 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 und das andere Beispiel, was du gesagt hast, das ist ja genau das Schöne, das ist ein richtig geiles Beispiel, weil, das beschreibt ja genau dieses Szenario, dass man einfach sagt, okay, was ist los hier, also, mach ich das, kauf ich es, kauf ich es doch nicht, will ich es kaufen, will ich es nicht kaufen, wenn man so ein bisschen struggelt, und nicht ganz genau, ähm, weiß, holt man sich das Game, oder holt man sich es nicht, und dann der mal die Erfahrung macht, boah, wenn ich es mir doch jetzt doch selbst geholt habe, das ist was ganz anderes wie im Stream, dann, und es dann trotzdem selbst kauft, dann ist es ja auch wieder rum ein Punkt, wo man sagen kann, okay, der Publisher hat ja trotzdem damit dann Money gemacht, ja, oder die Hersteller kriegen ja trotzdem dann noch Geld, weil, zu dem Zeitpunkt ist es halt auch so, nicht jeder kann sich jedes Spiel leisten, es geht halt einfach nicht, und nicht jeder kann jedes Spiel kaufen, das geht halt auch nicht. schon, klar. Schau mal unseren Cast an, wo wir mal einfach nur Q1 an Videogames durchgegangen sind, das ist so viel, was allein in Q1 released wird, wo ich sagen würde, boah, das würde ich gerne spielen, das würde ich gerne spielen, das würde ich gerne spielen, ich werde es zeitlich einfach nicht in meinem Leben schaffen, ja, das alles noch passend im Q1 abzuarbeiten, weil dann kommt ja schon Q2, dann kommt Q3, dann kommt Q4, dann kommen die ganzen Burner, dann ist das Jahr schon wieder vorbei, dann kommt schon wieder 19, ja, und deswegen muss ich auch einige Games einfach mal schauen, weil ich halt einfach gar nicht die Zeit habe, es zu tun, und einfach mal reingucken, und für mich ist es halt so, die Hersteller verlieren das Geld von mir nicht, weil ich hätte es mir eh nicht geholt. Aber das ist eben die Frage, Steffen, das ist eben die Frage, wo ich sage, diese ganze Sache ist wie schon bei den Raubkopien immer ein zweischneidiges Schwert, weil ich weiß von mir selbst, wenn ich ein Spiel, wenn es mich aus irgendwelchen Gründen interessiert von dem, was ich weiß, ich es aber selbst noch nicht zocken kann, dann hat es halt so eine Magie, und wenn ich halt jetzt, jetzt ist es halt so, du kannst dir halt alles angucken, du siehst halt das komplette Game, es geht halt vor allem um diese Let's Plays, wo du das komplette Game halt siehst, klickst dich halt durch, und das machen auch viele, die viele klicken sich durch, ja, wie geht es weiter, wird es cool oder nicht, und da bin ich der Meinung, machen sich die Leute sehr oft eine falsche Meinung, weil es, gerade weil es eben was anderes ist, es selber zu spielen, wenn du eben nicht weißt, was kommt noch, und was muss ich dafür auch reinstecken an Energie, damit ich weiterkomme und solche Sachen, ja, und du denkst halt, ja, hätte mir eh nicht Spaß gemacht, weißt du doch gar nicht, weißt du, weißt du doch gar nicht. Ich verstehe es natürlich, ja, wenn du halt unbedingt ein Spiel halt gerne hättest, aber du kannst es nicht zocken, du kannst es dir nicht leisten, dann ist es natürlich eine schöne Alternative, aber es ist doch auch genauso schön, einfach zu sagen, hey, ich hebe es mir auf, ja, und dann freust du dich umso mehr, wenn du es dann hast, weil, ja, es ist ein anderes Erlebnis und es verfälscht eben das Produkt an sich, es ist ein Spiel und kein Film. Dann wiederum unterstütze ich es, wenn du sagst, ich hätte das Spiel nicht, es ist nicht mein Ding, das zu zocken, es ist mir zu schwer, es ist mir zu gut, ich ziehe es und das, aber ich will es trotzdem sehen, dann ziehst du dir natürlich rein, weißt, bombst dir rein, hast dann quasi dein Movie Entertainment. Genau. Aber ja, ich würde halt einfach sagen, Leute, wenn ihr, weißt du, ich meine, spoilert euch einfach nicht zu sehr mit den Streams, das ist einfach das, was ich sagen möchte, ja, so Uncharted zu spielen ist viel schöner, als es einfach so ist. Ja, genau, genau, also das ist halt so ein Punkt, ich meine, bei Uncharted ist es halt so, ich meine, wobei auf der anderen Seite, Uncharted lohnt sich auch eigentlich gerade deswegen zu streamen, weil es halt so ein riesig, wahnsinniger Entertainment wert ist, ne, und du halt, wenn du, wenn du da mit deiner ganzen Crew durchgehst, und das ist dann wie, wenn du halt zusammen einen Film anschaust oder sonst was, ah, das ist halt. Ja, das ist eben das Schöne dran, ich meine, ich hatte auch mega Spaß dran, in Isolation zu streamen, und es macht mir auch voll Spaß, diese Momente wiederzuerleben, wenn ich es mir nochmal angucke, ja, es ist ein cooler kleiner Movie für mich, aber ja, ich persönlich habe ehrlich gesagt, noch nie ein Let's Play angeschaut, ja, ich habe ein paar Streams angeguckt, von irgendwelchen Retro Games, das finde ich zum Beispiel geil, aber von neueren Games, ne, 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 ich bin noch nie reingezogen, also, ich habe mir schon einige Let's Plays reingezogen, ich mag halt zum Beispiel Let's Plays, wenn nicht die ganze Zeit geredet wird, wobei, da muss man halt auch sagen, viele Let's Plays, ähm, sind dann auch schon in, ja, die gehen Richtung Entertainment Factor, ja, wo halt auch wirklich dann darauf abgezählt wird, das Ganze als Entertainment Factor aufzubereiten, so zumindest mal mein Eindruck, es gibt bei wenigen Let's Plays nur noch wirklich um das Spiel, also da muss man schon so ein bisschen von den ganz großen Let's Playern mal ein bisschen runtergehen, ja, und, äh, muss sich dann so in, in, in der Midrange quasi, oder auch ganz im anderen Ground bewegen, dass man dann halt Leute dazu findet, denen es wirklich richtig um das Spiel geht, aber dann muss ich auch wiederum sagen, dann macht es mir auch manchmal richtig viel Spaß, denen zuzuschauen, weil die einfach manchmal ein Spiel playen, wo sie einfach voll die Experts drin sind, ja, weil sie es halt zum dritten Mal dann durchspielen, und dann hast du dann eine Aufnahme von dem Perfekten ran, oder von dem Speedrun oder sowas, was ja auch irgendwo ein Let's Play ist, wo ich dann aber wieder sage, okay, sorry, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Bloodborne Speedrun angucke, wie bei Awesome Games Done Quick übrigens einer mit dabei war, der in zwei Stunden alle Bloodborne Bosse legt, also, Patrice, du bist, he, langsam, mein Flair ist es, dass ihr seht, wie hart ich struggle, und dass ihr mit mir mitfiebert, dass ich einfach nur in die nächste scheiße Ecke komme, auf jeden Fall, wenn ich mir so einen Speedrun anschaue, dann ist das ja auch nicht irgendwie etwas, wo ich selbst hätte spielen können, weißt du, ich meine, da bin ich ganz ehrlich, da ist einfach das Erlebnis halt so cool, und ich, dadurch ist das Spiel auch bei mir präsent, und ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass du jetzt, ich habe Bloodborne angespielt, ja, ich habe wieder aufgehört, nach einer Stunde oder so, weil ich gesagt habe, okay, ich habe eh keine Zeit dafür, äh, meine Game Liste sah ein bisschen anders aus, und sonst was, ich wusste, hey, hier ist halt ein Souls-like Spiel, und ich hatte ja schon ein bisschen was da, äh, hinter mir in der Kategorie, aber jetzt zum Beispiel, habe ich richtig Bock auf Bloodborne, weil ich es bei dir im Stream gesehen habe, und weil ich den Crack-Crack gesehen habe, und ich mir einfach so denke, okay, es ist irgendwie doch ein bisschen anders, weil ich mehr vom Spiel gesehen habe, kriege ich wiederum Bock auf dieses Spiel, und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, ja, da ist kein Money verloren gegangen, weil ich es mir eh nicht gekauft hätte, aber dadurch, dass das Spiel präsent ist, und Leute es mir zeigen, und drüber reden, und, äh, kriege ich vielleicht Lust darauf, es irgendwann mal auch wieder rum selbst zu spielen, ja, weil ich einfach den Flair des Spiels auch manchmal, erstmal verstehen, oder kennenlernen muss, bevor ich mich wirklich drauf einlassen kann, und das ist halt auch ein bisschen, so, ja, so, so schwierig auch, an dieser ganzen Thematik zu sagen, hier einfach Streams zerstören einfach alles, oder nehmen einfach alles weg, weil es ist halt nicht einfach so pauschal zu sagen, vor allem wenn ältere Spiele auch wiederum rausgeholt werden, wie du gerade richtig beschrieben hast, zum Beispiel, wenn wir jetzt Resident Evil 6 spielen, ja, sorry Jungs, aber da machen wir kein, wenn wir das streamen, da machen wir keinen einzigen Purchase kaputt, ganz im Gegenteil, wir bringen eher Leute dazu, die dann im Shop das Angebot sehen, dass es das gerade für 5 Euro gibt, die sagen, ey, hab ich ja neulich irgendwo angeguckt, war cool das Spiel irgendwie, ich lass es mir, ich fetz es mir jetzt auch einmal rein, weißt du, wie ich mein? Richtig, 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 also insgesamt hast du mich jetzt schon überzeugt, ich mein halt nur in Teilbereichen ist es vielleicht schädlich, aber jetzt hab ich auch schon wieder Bock, Resident Evil 6 zu streamen, dann sollten wir das doch jetzt einfach mal machen, oder? Ja, es wird direkt Resident Evil 6 gestreamt, ja, perfekt, ja, aber ja klar, abschließend, was ich noch dazu sagen wollte, es ist halt wichtig, dass man sich vielleicht nicht zu der selbst in Szene setzt, mit solchen Streams, das ist eigentlich das, ich erinnere mich, dass wir nach Alien Isolation mal ein paar andere Alien Isolation Streams angeschaut haben, und wie die Leute halt über das Spiel herziehen und so, es ist halt, finde ich kontraproduktiv, die ganzen Sache, weil es färbt halt schon ziemlich viel ab auf das, was das Spiel ausdrücken möchte, ja, ähm, aber insgesamt ist Streaming eine gute Sache, das wird sich auch nicht mehr umkehren, egal was Amy Henning sagt, deswegen würde ich sagen, wir sorgen einfach dafür, dass die Stream-Qualität streikt, und das, dass wir halt, vor allem Games, die es verdient hätten, aber halt eben einfach nicht den Erfolg hatten, auch mal wieder ins Rampenlicht gerückt werden, lass es uns so machen, absolutely, All right, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute, ich hoffe, ihr hattet Spaß uns zuzuhören, und eine kleine Ankündigung noch in eigener Sache, wir haben letztes Mal ein Movie-Podcast versprochen, der kommt, der wird dieses Wochenende produziert, habt noch ein bisschen Geduld, dann gibt es einen fetten Ausblick, auf das, die ersten drei Monate 2018, was im Kino alles erscheint, freut euch drauf, all right, Bis dann! Highscore Dropout Krushin verelprukt ruhig, Geld auf navy place und drei ,